Der Zwergschnotzer ist eine kleine, intelligente und wachsame Hunderasse, die ursprünglich als Rattenjäger und Hofhund in Deutschland gezüchtet wurde. Sie sind sehr anpassungsfähig und können in einer Vielzahl von Lebensumständen gehalten werden, solange sie genug Bewegung und Aktivität bekommen. Zwergschnotzer haben ein kurzes, glänzendes Fell, das schwarz, silbern oder weiß sein kann. Sie haben einen ausgeprägten Schnurrbart und Bart, der regelmäßig gepflegt werden muss, um verfilzte Haare zu vermeiden. Ihr Körper ist kräftig und muskulös, mit kurzen, kräftigen Beinen und einem kompakten Kopf. Sie werden normalerweise zwischen 30 und 35 cm groß und wiegen zwischen 5 und 8 kg. Zwergschnotzer sind sehr intelligente Hunde, die leicht zu erziehen sind, solange man sie konsequent und liebevoll behandelt. Sie lernen schnell und sind sehr gehorsam, wenn sie verstehen, was von ihnen erwartet wird. Es ist wichtig, ihnen klare Grenzen zu setzen und sie regelmäßig zu beschäftigen, um Verhaltensprobleme zu vermeiden. Sie sind außerdem sehr wachsam und beschützen ihre Familie und ihr Zuhause loyal, was sie zu einer guten Wahl für Familien mit Kindern macht. Ein wichtiger Punkt, den du bei der Haltung eines Zwergschnotzers beachten solltest, ist die Vermeidung von Überfütterung. Diese Hunde neigen leider oft dazu, schnell an Gewicht zuzunehmen, wenn sie zu viel Futter oder zu wenig Bewegung bekommen, was dann zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Es ist wichtig, sie ausgewogen zu ernähren und sie regelmäßig zu füttern, damit sie keine Gewichtsprobleme bekommen. Zwergschnotzer sind geeignete Familienhunde, die auch für ältere Menschen gut geeignet sind, da sie nicht zu viel Bewegung brauchen und in der Regel ruhig und gelassen sind. Sie sind auch gut für Familien mit Kindern geeignet, solange die Kinder verstehen, wie man sie richtig behandelt und sie respektiert. Ein weiterer Vorteil von Zwergschnotzer ist, dass sie normalerweise sehr anhänglich und loyal sind und sich schnell an ihre Familie anpassen. Außerdem sind sie sehr leicht zu transportieren, da sie klein und handlich sind. Ein kleiner Nachteil des Zwergschnotzers ist, dass er manchmal etwas schwierig zu erziehen ist, wenn er nicht konsequent behandelt wird. Obendrein können sie manchmal dominant sein und versuchen, die Kontrolle über die Familie zu übernehmen, wenn sie nicht richtig erzogen werden. Es ist wichtig, ihnen klare Grenzen zu setzen und sie regelmäßig zu beschäftigen, um Verhaltensprobleme zu vermeiden. Aber Zwergschnotzer sind intelligente, loyale und anhängliche Hunde, die für die meisten Familien geeignet sind, solange sie konsequent erzogen und gepflegt werden. Sie brauchen regelmäßige Bewegung und Aktivität, um glücklich und gesund zu bleiben. Sie sind für lange Spaziergänge oder zum Spielen im Park geeignet und erkunden auch gerne neue Orte und lernen neue Dinge. Zwergschnotzer sind sehr anhänglich und brauchen viel Aufmerksamkeit und Zuneigung von ihren Besitzern. In der Regel können sie ihre Gefühle sehr gut zeigen und brauchen regelmäßigen Kontakt zu ihren Familien, um glücklich zu sein. Zwergschnotzer sind normalerweise sehr pflegeleicht und müssen nur selten gebürstet und gebadet werden. Ihr kurzes, glänzendes Fell ist leicht zu pflegen und muss nur selten getrimmt werden. Es ist jedoch wichtig, ihre Schnurhaare und Bärte regelmäßig zu striegeln, um verfilzte Haare zu vermeiden. Zwergschnotzer sind in der meisten Zeit sehr gesunde Hunde und haben eine hohe Lebenserwartung von etwa 12 bis 15 Jahren. Sie sind jedoch anfällig für einige gesundheitliche Probleme wie Zahnprobleme, Hautallergien und Atemwegsprobleme. Es ist wichtig, dass du regelmäßig zum Tierarzt gehst und auf Anzeichen von Gesundheitsproblemen achtest, damit dein Hund immer glücklich und gesund bleibt. Ein möglicher Nachteil des Zwergschnotzers ist, dass er manchmal etwas schwierig zu erziehen ist, wenn er nicht konsequent gehandhabt wird. Außerdem können sie manchmal dominant sein und versuchen, die Kontrolle über die Familie zu übernehmen, wenn sie nicht richtig erzogen werden. Es ist wichtig, ihnen klare Grenzen zu setzen und sie regelmäßig zu beschäftigen, um Verhaltensprobleme zu vermeiden. Noch ein Nachteil von Zwergschnotzern ist, dass sie in der Regel viel Aufmerksamkeit und Zuneigung von ihren Besitzern brauchen und einsam werden können, wenn sie zu lange allein bleiben. Sie sind nicht die beste Wahl für Menschen, die viel Zeit außerhalb des Hauses verbringen oder die nicht in der Lage sind, ihrem Hund genügend Zeit und Beachtung zu schenken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Zwergschnotzer intelligente, treue und anhängliche Hunde sind, die für die meisten Familien geeignet sind, solange sie konsequent erzogen und gepflegt werden. Sie brauchen regelmäßige Bewegung und Aktivität, um glücklich und gesund zu bleiben, aber sie sind im Allgemeinen nicht so anspruchsvoll wie größere Hunderassen und eignen sich daher auch für ältere Menschen oder solche, die weniger Zeit für die Hundepflege haben.